pietro lombardi teilt eindeutigen clip findet alessio seinen papa mittlerweile uncool köln pietro lombardi 31 genießt die zeit die er mit seiner gesamten kleinfamilie verbringen kann seinen sohn alessio 8 sieht er allerdings nicht so oft wie ihm wohl lieb ist findet dieser pie zudem auch noch uncool es ist zwei wochen her dass der frühere gewinner von deutschland sucht den superstar seinen ältesten sprössling das letzte mal sehen konnte zuvor verbrachte der achtjährige viel zeit mit seiner mama und der exfrau des sängers sarah engels 30 sowie ihrem ehemann julian 30 und halbschwester solea 1 gemeinsam genossen sie einen traumurlaub auf zypern nun ist alessio aber wieder bei pietro angekommen doch findet er seinen papa mittlerweile uncool als der phänomenal interpret seinen sohnemann auf dem arm hatte wollte er wissen wer ist der coolste kuschelbär in deutschland anschließend fragte pie dann nach einem kuss doch da zögerte sein sprössling bist du zu alt bist zu cool für kuss hee fragte der zweifach papa in richtung alessio pietro lombardi will sonemann alessio gar nicht mehr abgeben doch dann bekam der cinderella interpret seinen schmatzer während der achtjährige anfing zu lachen ja ist eklig papa einen kuss zu geben ne bald wird alessio aber wieder zu mama sarah zurückkehren für den dsds juror ist das immer ein schwerer moment ich werde den kleinen auf jeden fall vermissen teilte pie seinen rund zwei millionen followern damals bei instagram mit außerdem gab der verlobte von laura maria rüper 27 zu vor allem wenn er so lange da ist will ich ihn gar nicht mehr abgeben dies wird aber nicht möglich sein die zeit bis alessio wieder da ist wird pie dann mit seiner liebsten und dem zweiten sprössling liano der im januar dieses jahres zur welt kam genießen